Increasing number of home invasions Play um Signal durchzuspielen Willst du starten? Ja, Bruder Ich hab mir auf New Game gedrückt Höh, einfach GTA 5 Intro, Alter Und um, Alter, GTA 5 Es geht ab Okay, irgendeine Polizei Notruf Der Sound kommt mir irgendwie voll bekannt vor Krankenhaus? Oh ne, Telefon? Wahrscheinlich, wenn jemand abkotzt Im Krankenhaus siehst du Naja, irgendwie Oh, shit Oh, wird ein Arztraum Oh, meine Ohren Oh, meine Ohren Digga, die mischt ja nicht auseinander vor Oh, shit Ach, haben wir nur wieder zwei Haben wir nur wieder zwei? Okay 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 Legt einfach ne Kassette Ach so Hier steht die Steierrollen einfach Okay, wir sind einfach in unserer Maus hier aufgewacht Wow, wir sind ordentlich auf Medikamente da, ne? Ja Okay, 13 Kinder wurden vermisst Okay Videotapes In den Fernseher reinmachen Könnt ihr ein Tutorial kriegen wir Wild Noch ist die Musik ziemlich friedlich Ja, aber Ohhhhh Ernsthaft? Okay Sollen wir die hier rein tun oder in welchen Fernseher? Ich glaube ja Haben wir Lampe auf F? Oh, hier ist ein Schlüssel Oh, ist bei uns so dunkel hier Über Licht an Oh, wilde Küche Wild Wilde, wilde Küche Darling Daniel Daniel kommt heute Kannst du Fleisch Und Gemüse kaufen Für das Abendessen Und Nicht vergessen Eiscreme zu kaufen Für Alice, danke Dicken Sheet Davilsi Dicken Benny Sind wir Daniel? Daniel? Was ist das denn da für ein Eintopf? Sieht aber sehr leblos hier aus Mein Stuhl ist ja einfach umgekippt, das geht ja Telefon 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 Okay Keiner geht dran Alter, alle Tieren sind zu irgendwie Ja, wir gucken uns an Hilltank Chief Was ist das? Was ist das? Warte, was ist das? Lager von Elber Das knirscht hier einfach Boah Achso Ich dachte das ist irgendeine Katze oder so Guck, das Bild hängt schon Schief Hä? So chaotisch, Leute So chaotisch hier Was ist mit uns los? Ist einer eingebrochen oder was? Aufräumen und so Oh, Licht geht nicht Und da schlapp denn eine? Nein, noch nicht Ist hier Okay So Ist es offen Ui, ist schon Licht an Okay, Kinderzimmer Wir haben ein Kind an Scheint am Start Was? Jo Was ist das denn? Im Kinderzimmer, Bruder? Was? Zum Teufel geht's hier ab Wie war das? Das ist schon sehr creepy, ne? Was spielt hier? Wo kommt das? Wo kommt das? Irgend so ein Ding abgezogen oder was? Okay, creepy Creepy Creepyest Shit Creepyest Shit Oh, von hier kamen wir Okay Wir haben alles umrundet, ne? Ja Eine Kassette um wir Ah Small Key Wir haben einen kleinen Schlüssel und Videotape Aber wo tun wir das Videotape rein? Achso, Use Ah Blumen Wie? Sehr harmlos Okay Jetzt wird ernst Wow Ist das ein Torso einfach? Auf jeden Fall hat die Person keine Arme und Beine Warum kann die sich bewegen? Boah die ist gefesselt Hä? Alter war das creepy man Was war das denn? Guck mal das erste Blumen und auf einmal Eine armlose und beinlose Oh shit In welchem Zimmer war das oben im Kinderzimmer? Leute Steff, was war einfach bei uns zu Hause? Ach du Scheiße, Alter Es geht in die psychischen Büsche richtig los, ne? Hä? Da liegt was in der Küche auf dem Boden Hä? Hä? Ja Dachtest du hier eben schon? Leute, Chaos Was hast du? Bitte Könnte doch gar nicht raus sein, woher sind die eingesperrt? Hm Ist das überhaupt unsere Wohnung? Ich würde auch gerade sagen, weil Türen waren zu, so ist es gar nicht unsere Wohnung ist und gehen hier ein paar Psychoaufgaben Okay, was war das? Das war doch oben im Zimmer Genau oben Ja Ja So Das war das Badezimmer Okay, hier ist alles zu Ich muss mir hier noch was finden Der zweite ungekippte Stuhl auch Wir können ja nichts machen Musik kommt aus dem nix an Gehen wir zu dem Bild Das hier? Stimmt, das ist ja auch komisch Wer bist du? Kommst du in guten? Okay, was wollte uns das Video jetzt sagen aber? Ja man, dann zerstückelte ein halber Mensch Ja Habt ihr noch einen Anomalee geben, der gerade nicht? Heute nicht Ja, wir müssen nochmal umgucken Der liegt einfach aus Shit, Alter Oder brauner Reis Wir haben noch einen kleinen Schlüssel Achso, wir müssen den benutzen, ne? Ah, irgendeinen Raum Für irgendeinen Raum Okay, okay, wir öffnen jetzt den nächsten Raum Sonst hier? Wahrscheinlich stark, ne? Oh, okay Wow, clean man! Motherf*** Joooooo Alter Shit Wer zur Hölle ist das, Bruder? Oh, wir haben eine Waffe jetzt, ne? Nachladen? Achso, die hat Arme und Beine, die war nur gefesselt Was? Jojojojo Warum wollen wir die Waffe jetzt? Sind wieder Täter? Warnung? Oh mein Gott Ey, und es wird eine Falle gestellt oder so, ne? Nein, nein, nein Die sagen Es gibt mehrere Fälle von Einbruch Warnung an die Bürger einfach Ach, krass Gut, da ist jetzt jemand hier drin? Frag ich mich auch gerade Warum ist das Licht rausgegangen? Warnung, citizens Police Department is informing about increasing number of home invasions Wohooo Alter Wohoho Warnung Warnung Digga Alter Ist doch Sinn, Alter Warnung Alter Und die kam auch ohne Sound, Alter Ohne Ohne gekündigt Was ist das? Chef, wird sich umgedreht Boah Wo bewegt der sich noch? Der liegt noch Twintros gesafed, Bruder Ja Aber du den weißt Alter Shit, Alter Ey, Junge, wie krank war das jetzt? Ganz krank Ich hab keine Dings mehr Alter Ich hab keine Muni mehr Scheiße, du hast alles verbraten wegen deiner Paramount Ey, scheiße, Mann Shit, Bruder Also war das die Warnung, dass der Einbrecher ist? Ja, dass Einbrecher hier in der Gegend sind Ja, scheiße, Mann, jetzt haben wir keine Munition Ja, der hat nichts gedroppt oder so Sollen wir jemanden anrufen? Oh 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 Was ist das creepy, ne? Ist der abgehauen? Ich hab nur weggeschlagen oder so Hä? Wir haben keine Muni mehr oder? Und jetzt? Hier laufen einfach Leute rum Wie creepy ist das? Junge Warte Oh, da ist der wieder aufgestammt Hä? Der liegt hier? Ich hab ihn umgeklatscht jetzt oder was? Ist der das von oben? Ich guck mal ob der oben jetzt weg ist Der liegt auch noch hier Also mehrere Einfragen Egal, mach die Tür zu Müssen wir noch was machen mit den Leichen da oben? Die haben auch keine Kassette oder so ausgespuckt, ne? Ja, das Problem ist, ich hab keine Munition Oh Oh, die sind hier reingekommen Oh, ist ein Raum geöffnet Ok Leute, es geht da anscheinend weiter Kranker Scheiß Jo Was bist du denn, Bruder? Munition, nice Huh? Wodin? Hast du mal jetzt noch? Na doch Ja, mancher Muni Ich glaub der braucht bleiben Bruder, soll ich den? Nein, bitte Schieß mich nicht ab Wer bist du? Ich bin Tobi, Sir Wer bin ich? Wer bin ich? Du bist du, Sir Einfach Tobi, Alter Wo bin ich? Du bist hier Was geht hier? Alles ganz normal, hä? Was ist hinter der Tür mit dem Auge? Oben? Tobi, Tobi weiß nicht, Sir Bruder ist einfach Dobi auf Wish Ja, Mann Ok, sollen wir ihm vertrauen oder sollen wir ihn abschießen? Wo willst du meine Headshot geben? Ich hab keine Zeit Erinnerst du dich an unser Familienbusiness? Ok, lass uns treffen An meinem Platz Ok Wo geht's hier? Daniel, Brain, Daniel, Brain, Daniel, Brian, Daniel, Brian Daniel, Brian Leute, in welchen Schlamassel sind wir hier reingraben? Wo zur Hölle sind wir, Bruder? Was ist mit dem hier, Bruder? Was ist mit dem hier, Bruder? Er liebt uns Tobi, Tobi, doesn't know Ok, wir ziehen weiter Ok, wir lassen ihn mal leben, den Bruder So lange er nicht vom Creep Genau Alles gut, wir gehen weiter Oh, wir brauchen irgendwas Was? Wie viel Money habe ich? Ist das? Bobby, helf uns Hä? Ist das Hauptzug jetzt auf einmal? Achso! Hä? Es sieht voll wie hier Backrooms aus Ok, woher? Klick mal auf 1 und 2 Wir sind auf 1 Ja, 2 Jetzt mal 2 Leute, wir sind auf einmal in den Backrooms hier, oder was? Achso Ok, zu crazy, Mann Oder Will ich mir das ein oder hat das gerade voll in den Backrooms-Vibes? Schon, ne? Oh, wow Riesse Mut Alter Ok, Ghetto-Bezirk Oh, da ist Taschlampe Genau Stark Endlich, Mann Was sind wir hier? Was machen wir hier? Stabiles Ghetto hier Kerker-Vibes Ach, das will hier nicht sein, Bruder Gibt es einen anderen Aufzug gehen? Wo? Wie viel hier denn? Rassen finde Gestalt Wie ein Nackt-Mull Alter, was geht? Wir stehen überall Schritte, Mann Oder die verarschen mich die ganze Zeit Stabilen Wohnung, Bruder Hier pennt jemand Police Officer Wurde brutal getötet Wie ist ein Pfeil? Okay Okay, wir gehen mal auf den Pfeil Das ist echt Backrooms-Vibes Die folgenden Ja Wollen wir mal Oh, Telefon Oh shit, wie creepy ist das bitte? Wir kommen ja nicht rein Ja, das ist wirklich krass creepy, ne? Wie gibt's so unendlich Schreiben irgendwie? Was ist das denn jetzt? Was haben wir da? Was zur Hölle soll das sein? Einen Kuchen, Alter Ja, Mann Leute, dicken Kuchen, ne? Inventar Wie ist wieder so ein Kinder... Oh, der war jetzt aber nah Oh, der kommt immer näher Leute, gleich Da müssen wir das Todes, Alter Lass uns mal in Frieden... Oh, einfach eine Betonwand Da ist ein Schlüssel Auch einen, oder? Geht hier zu Okay, wir haben einen Schlüssel Hier sind irgendwelche Pillen Für die Polizei Apartment Aha, aha, aha Äh, für den Lieutenant Lieutenant Brian Carrington Sind wir Lieutenant? Kann sein, dass wir Lieutenant oder so sind Äh, viel Erfolg Mit deinen Errungenschaften Mit deinen Errungenschaften Mit deiner Position Okay Okay Ich glaub wir sind so Polizeityp, ne? So, Bruder Okay, wir haben alles durch Das Telefon, wusstest? Ja, wusstest Die waren wir schon Ja, alles durch Looten Hier kommen wir nicht rein Das ist hier drin Oh, ein Schlüssel Ich hab'n Schlüssel Ah, genau, genau, genau Und, let's go Geht nicht Ah, geht hier nicht Okay, wir gucken, ob wir noch andere Okay, hier sind wir durch Da waren wir auch eben, ne? Gehen wir hier durch Held, steht da über die Tür Oh, shit Oh, shit Was ist denn da? Oh, shit Oh, shit Was ist denn da? Oh, shit Here weint da Oh, shit Achso, das geht immer noch nicht. Okay, weiter gehts gar nichts. Oben war auch... Achso, was ist mit der? Sonst hier noch. Ob hier eine Tür noch offen war oder so. Ach hier. Oh, das klappt. Okay. Oh shit, da ist komplett rot. Oh, riese Loot, Alter. Fetter Loot, ey. Let's go. Sehr gut, sehr gut. Hä? Ist die Tür gerade zugegangen? Okay, neue Schlüssel, neue Schlüssel. Oh shit. Klopp, klopp, wer ist da? Oh nein. Oh nein. Halt die Waffe bereit, Bruder. Oh nein. Oh nein. Oh shit. Komm her. Hallo. Komm, Junge. Komm, wenn du eierst. Komm raus. Oh shit, Bruder. Ist das ein Kind, Bruder? Alter. Was hab ich dir umgebracht? Krank, Mann. Was? Was? Leute, sacken lassen und weiter geht's. Was ist das? Ah, wieder eine Figur. Irgendein Haufen. Niffler aus School. Danke, Carrington Shirt für das Sommercamp der Kinder. Okay, Bro. Darker Bro. Okay, ist ne Mises hier. Warte auch. Wow. Der haut immer ab. Kann ich gar nicht abschlagen. Ich hätte schießen können. Meint ihr der ist gut? Mal antesten. Das ist ein Creep, Alter. Ich hab mal einen Schuss, geht schon. Ich hab das Gefühl, der ist gut irgendwie. Irgendwie weiß man den nicht, ne? Gemischtes Gefühl hab ich bei dem auch. Okay, was ist das hier? Stromkasten? Kann man irgendwas? Kann ich nichts machen. Soll ich den nächsten Mal abknallen, diesen Stalker? Einen Schuss erstmal. Auf den Nacken? Warte, warte. Ist das ein Geist, Bruder? Er hilft uns. Wir hatten ja da gezeigt. Ja. Wir sind wieder hier. Okay, gehen wir da mal lang. Okay, Bro. Wieder einen Aufzug fahren? Und immer beobachten, ob wir das Angreifen, weil wir hätten jetzt auch Munition wieder verschwenden können. Ja, stimmt, stimmt. Wollen wir sich schon wieder Aufzug fahren? Ach, vielleicht ist jetzt der nächste Gang. Ist jetzt 3? Okay, gehen wir zu 3. Oder? Hä? Ergebnis? Weil eben auch zwei markiert sind wir hier noch nicht fertig vielleicht? Ich probier alles durch. Mhm. Weil eben hatten wir auf zwei geklickt. Das war auch so rot markiert. Ich hab das Gefühl wir sind noch nicht fertig, ne? Hat er uns geprint? Mhm. Okay. Wir müssen hier noch was machen. Achso, dieser eine Raum mit dem Telefon. Stimmt. Okay. Oh shit. Was geht hier ab? Jajaja. Oder was geht's? Wow. Alter. What? Wow. Leute, was sind wir denn jetzt hier? Was ist das denn? Torteile oder was? Hä? Oh shit, hier ist jemand. Hier ist jemand. Alte Knarre bereit. Oh. Ah ok. Alter, was für eine Fantasie. Hallo? Bruder, ich brauche deine Hilfe. Der Hund. Er hat Lucy. Er hat Lucy. Du bist hier. Du bist hier. Was? Achso, wir brauchen nicht hier, meint er. Ok, Kassette, wieder so eine Statue und ein Magazinbild. Wir klatschen rein in diese Kassette. Gucken was jetzt hier kommt. Kopp? Polizist? Also wir? Blut und da liegt jemand, ne? Ja. Macht er jetzt eine Ansage oder was? Ist so. Nach dem Motto, guck hier hin. Was will der von uns jetzt? Was will der? Was sind Drogen? Ok, ist aus. Ok, wir haben einen Schlüssel und so komische Statuen hier. Er hilft uns, er hilft uns. Was ist los, Bruder, wohin? Ok, ok, ok. Oh, danke, Bro. Ok, Bro. Ein bisschen Chillers Art-Vibes hier auch. Ja, Mann. Ok. Ist unten jetzt falsch. Ok, Bruder, ja. Ich geh doch schon mal. Warte, rechts. Er hat hier runter gezeigt. Echt? Yes. Ok, ok. Das macht jetzt so. Oh, die... Ey, warte, da liegt was. Da liegt was. Was ist das? Können wir die Statuen vielleicht platzieren? Achso. Ah, Flaschen. Können wir die Statuen hier? Ja, Mann. Stimmt. Oh, bestimmt eine Reihenfolge. Ok, hier ist ein Totenkopf. Ich stelle jetzt erstmal hin. Uns fehlt aber noch eine, glaube ich. Wir haben nur drei. Genau, eine brauchen wir noch. Kleine Alice. Ah, immer noch nicht gefunden. Ok. Ok. Susan Conner und ihr Mann wurden brutal ermordet. Die Polizei sagt, die Attackierer wurden ins Haus gelassen. Ok. Hm. Ok, wie ist die Reihenfolge, Bruder? Warte, das sind so Zeichen. 1, 2, 1, 2, 3, 4, Totenkopf. Die Initialen oder so? Oder hier ist irgendein Mensch. Das sind jetzt aber keine Zahlen, ne? Aber sein Kopf fehlt. Vielleicht beim Totenkopf? Mhm. Hier ist irgendein Salamander, Bruder. Oder was ist das? Ne. Aber Löwe. Löwe oder so? Hier ist ein Elefant. Mit die Symbole Elefant. Ah, warte doch da die Hörner. Hat Elefant so Hörn? Elefant dein, ja? Der Totenkopf, der war... Ok, Elefant, ja. Haben die so Hörner? Ja doch. Die haben auch Hörner safe. Totenkopf würde ich jetzt diesen Typ machen ohne Kopf. Genau. Erstmal so. Bam. Und was hatten wir noch? Ein Löwe? Vielleicht Gebiss? Ja, ein Löwe. War das der Löwe? Eine Statue hättest, ne? Genau, noch eine Statue müssen wir finden. Ok, wir haben die nicht gefunden. Kann die denn sein jetzt? Bin nicht gelootet. Das war doch überall, oder? Eigentlich... Ach, hier war irgendwie nix. Mal mal genau gucken, ob der Raum war. In dem Raum war einfach nix. Das ist komisch. Wow! Alter. Bro. Digga, das ist intensiv, naja. Ich konnte nicht. Ah, ok, man kann nicht, ich abschießen. Du konntest schießen, ne? Nein, Mann. Der war nicht anschießbar. Ja, warum geht der hier in die Ecke? Leute, nein. Er will uns was zeigen, Bruder. Er will uns was zeigen. Er will uns echt ne Brotappel teilen. Sure. Kollege. Bro. Ok, ok, wir haben alle. Genau, ab in den Statueraum. Statue reintun. Let's go. Nice, man. Richtig. Oh, shit. Die ist einfach weg. Krass. Einfach auf der Stein. Wir werden die Regale hier. Let's go. Oh, nein. Oh, nein. Es kommt jemand. Oh, shit. So. Alter. Oh, shit, ich kann nicht schießen, glaub. Stopp. Oh, Gott. Kommt sie? Drei. Oh Gott, drei freigeschaltet. Nice. Ok, wie kann man nicht abschießen? Boah. Hm. Habe ich so aus trocken? Ich habe mein Trinken verschützt. Oh, ist schwarz-weiß geworden? Nein. Alles schwarz-weiß? Was sind diese Telefone hier? Man kann gar nicht sein, wenn man... Hm. Ok, wir sind jetzt in irgendeinem Haus wieder. Hier ist wieder ein Spiegel. Fernseher. Noch ein Raum. Eine Kitchen. Aber ohne Fenster und so. Hm. Die zerkleben ist, aber keine Fenster. Dramatisch. Ok, irgendein Kult gibt es hier drin. Blablabla. Von der Kirche. Die Polizei... ...investigiert. Hier ist ein Schlüssel. Worauf der hier geht. Oh. Der ist für hier. Let's go. Oder einfach nochmal der... What? Okay. Wir sind einfach wieder hier. Klo. Aber der gleiche Raum nochmal. Ja, man sieht. Oh shit, wir sind jetzt hier gefangen. Okay, what the hell? Oh, da steht jemand. Oh, da steht jemand. Okay, sind weg. Ich glaube noch. Hier ist noch ein Schlüssel. Okay. Oh, der kommt immer näher, ne? Wo? Was ist dein Kopf? Was ist dein Kopf? Was war das? Der hat dein Kopf. Oh shit. Was ist das ungefähr? Ich will ein Spielchen. Ja, er spielt mit uns irgendwie. Jetzt blinkt der Blinzende. Oh, Telefon, Telefon. Wir müssen da angehen, oder? Oh, hier ist der Schlüssel. Hallo? Okay, Bro. Ich muss gucken, ob ich hier rein kann. Wo war das denn rum? Wo war das denn rum? Hier nicht. Oh mein Gott. Jetzt chillt da wieder sein Kopf, ne? Das ist ein Dauerstalk, ey. Ist das dein Kopf? Ah ne, das ist... Oh. Das ist das Regal hier. Oh Leute, kann ich nicht mehr die Sonne verschwenden. Ja. Äh? Läuft irgendwas? Okay, das Kreuz. What the hell? Ist das jetzt ein Hinweis? Es wird wieder creepy mit Botschaften. Oh lieber. Boah, ich hab nicht mehr viel Money. Ich muss echt sparsam erzählen. Ja. Okay, irgendeine Botschaft. Wollen wir eine Kassette? Nein, wollen wir nicht. Okay. Was wollen die uns sagen hier, Alter? Oh, die Tür ist einfach auf jetzt. Oh, jetzt ziehen ein Schlafzimmer. Oh, Kassette und ein Schlüssel. Nice. Steppen rüber. Ich hab das Gefühl, das ist nicht mehr verfolgt. Äh? So rein, Bruder. Oh. Merci. Wieder diese Blumen. Okay. Alter, war das gerade ein Saw? Bro, was war das? Eine Saw-Strafe oder was? Was war das für Geräusche? Der wurde gut gequält. Und jetzt zersägt der Bruder? Und jetzt zersägt der Bruder? Hat mit Schlüssel? Wir haben sogar einen Schlüssel. Aber für die andere Tür jetzt. Hier waren wir noch gar nicht. Rein da. Let's go. Einzelkämpfer Bett. Oh. Oh, wieder diese Puppe, ne? Ja. Ist ne andere aber diesmal. Okay. Sie kommen? Nie, sie kommen. Wer kommt? Wer kommt? Wer, Bro? Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wohin, wohin, wohin. Diese Räume sind immer noch am Start, Mann. Scheiße, Junge. Einbrecher. Hier kommt ohne Sound einfach. Oh, ich hab keine Mully mehr. Ich muss hier raus. Wir müssen raus, wir müssen raus. Wir müssen raus, Junge. Nein, ist zu. Oh, oh, oh. Was kann ich's machen? Musst du wegkicken, Alter. Kannst du wegkicken? Nein, er hat uns gefangen. Oh, Dings. Chillazard, Dings. Hilf uns. Sind wir? Wir sind gefangen im Keller jetzt. Alter. Und dies. Beruhigen die sich. Wie hauen das hier aus? In unserem eigenen Keller hier, oder was? Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Hallo? Hallo? Hey! Ich sehe nichts. Brian. Blablabla. Lieutenant. Wurden gekidnappt. Okay, wir wurden gekidnappt. Okay, wir wurden gekidnappt. Okay, Peter Carrigan wurde angesperrt. Schick. Oh, so ein trockenes Ende. Okay, ja, da stand jetzt irgendwie die Geschichte, aber … Aber ich muss sagen, die Jumpscares, die haben gepäppelt. Es ging um einen Kult, die so eingebrochen haben. Und war crazy. Jumpscares waren krank. Die waren schon krass. Also vom Spiel eigentlich heftig. Krass. Leute, wir fahren ein irres Game. Krankes Game eigentlich. War schon krank, ne? Ja, Mann. Vor allem so eine andere Art von Gruselig, ohne Sounds. Ja, so ganz komisch. Auch die Grafik war wild. Die kommen dann ohne Sounds, Bruder. Richtig ekliger Jumpscares. Ja, das hat der meiste gesessen. Ja, Mann. Daumen hoch für mehr solcher Games auf jeden Fall, Leute. Fetten daumen hoch, kommt mehr von sowas. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, kann ich mir zu erpassen. Wenn ihr wollt, checkt euch gerne unsere Merchip ab. Link in der Beschreibung. Yes, Sir. Ansonsten bis zum nächsten Video. Peace.